Hi Leute und Konnichiwa natürlich, auch von Gon hier. Wir sind wieder zurück bei J-Stars Victory vs. in der Inferno-Klippe. An der Inferno-Klippe vielleicht eher. Mit Gon-Kilowa-Kombo. Mal wieder klassisch. Führe 5 Gebietsangriffe aus, schlage in 10 Sekunden als erster Siege per Hilfskarakterangriff. Tja, das geht mit Metaka nicht. Egal. Let's go. I want Metaka on my team. Abnormal Psychology. So. Ja, ja, doch. Ich mag diesen Modus hier tatsächlich sehr, 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 sehr gerne. Also er macht richtig viel Spaß. Es ist ein Match nach dem anderen. Klar, es fehlen die coolen Dialoge, die aber leider sehr schlecht übersetzt wurden. Deswegen. Sehr schade. Oh, das wird ein nerviger Kampf. What the hell? Definitiv. Oh, fuck. Oh, ich dachte gerade ganz kurz, ich bin zu nah. Nein, kein Bo-Chan, Bo-Chan, Bo-Chan. Au. Ah, ich wollte ausweichen, weil man kann ja noch rumspringen. Oh Gott. Okay. Nein, nein, nein. Ach, sehr gut. Gerade noch so geschafft. Ich bin doch ausgewichen, Bo-Bo-Bo-Bo. Okay. Hm. Dann lass mich mal ganz kurz. Nein. Okay, das war jetzt ein Fail. Das wollte ich nicht mal. Ähm, kann ich die Wand durchbrechen? Naja, aber nicht den hinter mir treffen, leider. Oh, ich hab keine Energie mehr für den. Ah, shit. Hilf mir mal kurz, Medaka. Danke schön. Glaube ich. Ah, es ist nervig. Es ist nervig. Da-da. Gut, dass mein bester Freund Kiloa dabei ist. Das wird knapp. Äh, das sag ich immer auch. Ich hab keine Ahnung. Dann machen wir uns halt nochmal. Ich mein, Kiloa hat so eine schöne Attacke gerade gemacht. Hätte ich das ein bisschen später rausgegeben. gemacht. Okay. Ach, das trifft vor allem. Egal, was ich tue, ne? Ah, nice. Sehr schön. Okay, lass mich ein bisschen aufladen hier. Dankeschön. Oh. Nein. Darf ich bitte... Ihn bisschen ignorieren? Nein, ich befürchte nicht. Okay, wir müssen wohl. So. Help me. Ich möchte nicht, dass der sein Super macht. Nein. Nein. Don't do that. Please. Kann man eh nicht wirklich ausweichen. Ich greife einfach durch. Oh. Au. Macht halt auch noch Damage, ne? Oh, ja, die Matches werden gar nicht so einfach, wenn die Charaktere tatsächlich mal anfangen. Ach. Man denkt immer, man hat es schön ausgewichen, aber die Attacken sind einfach... Unberechenbar. Oh. Oh, wow. Oh. Oh. Oh, wow. Oh. Oh. Sehr schön. Okay. Zumindest das kriege ich hin gerade. Nope. Oh. 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 Ehm. Kachi. Oren no Kachi desu. 22 Minuten sind wir gerade in der Aufnahme. Hat für euch nix zu bedeuten. Für euch sind es nur 5 Minuten bisher. So. So. Oh. Geh zum Kampftplatz Kiesturm oder Engage. Siegen 240 Sekunden, wir auf 5 gebürt sind, keine Verbündeten im Team. Das ist interessant. Aber halt, wie macht man das? Hier, ne? Keine Verbündeten im Team. Killua? I'm sorry. Ich weiß nicht, ob das auch als Verbündeten erzählt, aber ich mach's mal raus. Uhuhuhu. Ich glaub, das wird nicht einfach. Oh, das passt. Ei, 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 auf wen geh ich denn da? Ja, doch. Joseph muss eigentlich fast zu einem Kenjin. Ei, 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 ei. Welche besonders Zucker könnte Komatsu in wenigen Arztem-Sünden-Herstellung damit die Menschheit rechnen? Äh, retten, sorry. Äh, wat? Nein, keine Ahnung, ich hab's getrückt. Ich bin schlecht in diesen schnellen Fragen. Auch länger zu überlegen. Jop, alleine kann man nichts tun. Naja, das hab ich gefeuchtet. Äh, ich denke schon, ey, wo bleibt mein Verbündeter? Nein. Ich glaube, ich werde hier so ziemlich kaputt gemacht. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht mehr, ob es möglich ist, das zu tun. Ich kriege ja mein Special niemals durch. Vielleicht bin ich der falsche Charakter dafür mit. Hm. Okay, nehmt's mir nicht übel, aber das wird nix. Au. Ja, nee. Äh, d, 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 d. Ja, ja. Das war ein kurzer Versuch, aber ich dachte mir eigentlich schon, dass das nix wird. Puh. Mal schauen, ob wir das mal irgendwann hinkriegen werden. Äh, halt. Fuck, wo springst du hin? Will wieder mein Killua dabei haben. Danke. Und hier will ich gerne Medaka. Seite 4. Abgeweckte Worte. Bam, bam. So. Ne, ne, ne. So gerne ich das auch machen würde, aber so gut bin ich nicht in diesem Spiel. Oder es ist einfach generell sehr, 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 sehr schwer. Ja, danke. Stein. Ja. Auch wenn die anderen definitiv nicht schlecht sind von seinen Attacken. No. Oh. Das ist natürlich ne gute Kombo. Ich hab eben das Gefühl, dass ich mit Kenichi mehr. Kenchin, sorry. Mehr anfangen kann. Damit, auf. Ja. Damit, lass mich in Ruhe. Die beiden sollten definitiv nicht zusammen sein. Nein. Das war auch nicht. Killua, ich brauch deine Hilfe. Halt mal meinen Gegner bitte fest. Ich hab mich noch getroffen, mitten in der Luft. Killua, ich bin sorry. Was, was machst du? What are you doing? Dankeschön. Und jetzt. No. Oh, das war. Das war sick. Nice. No. Lass mich in Ruhe. Dankeschön. Ah, fuck. Okay, sorry. Killua, ich hab's verkackt. Au. Killua hat noch gar nicht angenommen. Ups. Dun, 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 dun. So. Ich glaube, Killua hat ihn auch gerade paralysiert. Also, wie sieht's aus? Nice. Goon. Junkin. Goon. So, ich will zum liebsten mitschreien, aber... Okay. Das war sehr gut. Das dürfte ich Händchen treffen. Let's go. Nee, der schiebt mich gerade weg hinter mir. Das gefällt mir nicht. Ich hab's sogar beide getroffen. Oh. Das war nicht schlecht. Nein. Nice. Da kann man auch noch genau zum falschen Zeit rein. Und die... Da, die Wand. Okay, gut. Gata, gata. Gata, gata. So, zur Routenauswahl. Wird es nicht schon... Doch, ich glaub, ich hab's schon mal im Lesbian gesagt, ne? Dass ich, äh, dieses Jahr japanisch-Kurs machen werde. Endlich. Wollte ich das ja schon machen. Ja, doch, hab ich schon darüber erzählt. So, jugendlicher Straftäter oder Weltenzerstörer? Vegeta? Nicht die Welt hat er dann zerstört. Ja, meiner könnte. Aber, warte. Hat er? Hm. Mh. 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 Bad Boys, Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? Egal. So. Dun-dun-dun. Wie lautet der Name von Naruto Osamakis Liebsten Nudel aus? Ichi. Raku. Nudeln. Natürlich. 70. Es lohnt sich nicht mal. Uhu, schöne Musik. Ja. 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 So, wen nehmen wir denn hier? Ich gehöre mich mal an den hier. also konntest du ziemlich das gegenteil von dem bad boy ne das war fies ich dachte du wärst betäubt ja ich hab zu früh gedrückt haha easy peasy aufladen das habe ich ein ganz gutes gefühl damit aber kann natürlich auch auf werden ich dachte immer nicht dass eine cpu das macht ah fuck jetzt mal kurz medica danke schön dass man so einen combo brecher hat das war gut ausgewichen von denen einer nein nicht mal da möchte ich ihnen gerne nicht stören ich habe keine energie mehr und wieso kämpfe ich denn überhaupt gegen den das so unbesiegbar an dem ding er wird sterben da brauche ich mir nicht mal sorgen drum zu machen oh no nein nicht deine bella bella irgendwas wie es um heiß ah fuck schön unterbrochen muss ich sagen dankeschön ich wollte schon sagen wo bleibt meine unterstützung ok 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 das muss jetzt klappen sonst haben wir ein problem recht großes problem ich habe zwei versuche und ich brauche nur noch einen noch mal scheiß unverundbarkeit nein eigentlich ist ja gut ok jetzt aber so war beenden wir damit das match ist das das große finale nein nicht mal ansatzweise au oh fuck oh werden beide kill haben müssen nee nein nein wie konntest du nur fuck naja wieso kann ich dich direkt wiederholen verstehe ich nicht ja natürlich machen wir das nochmal hier es geht gar nicht mehr die beiden sind halt stark zusammen da kann man kann man nicht anders sagen sehr gut das war eigentlich eine wirklich gute evasion da ich meine gegen viele meinung ist jetzt gar nicht gar nicht so dumm naja naja nein oh wow what are you doing das war interessant aus nob mal ein bisschen auf dem boden drauf haha Regan hat es weiß ich nicht was er sagt dass ich mich angelesen habe so lass mich hier nochmal nope nope ah fuck das war falsch aber sagt gerade sehr cool aus müsst ihr mir doch lassen ah wir fände energie mehr ah fuck das ist schlecht bei der attacke keine energie mehr zu haben nein nein ich brauche na ich hätte das special einen tick früher gebraucht aber gut oh wow aber offenbar war das kein angriff der mich ungeworfen hat deswegen darf ich es noch machen dankeschön das leicht leicht eventuell der wird ziemlich cool yes grün grün bämm au oh ich brauche ein bisschen oh fuck ich brauche ein bisschen was zum aufladen hier es hat nicht gereicht es hat nicht gereicht egal 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 wir haben genug leben glaube ich hoffe ich mal oh hm wenn yusuke sein ultimate macht was er wahrscheinlich tut also dem seins wo die tpu kriegst es wahrscheinlich hin nicht so wie ich oh oh ok du bist eh tot gleich ich muss sich eigentlich nur aufhalten so lass warten 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 also er ist tot sobald wow wie konnte ich dem hier ausweichen das einzige was ich hier auch tue ist auf ihn eintrücken bis er wieder in seine alte form geht ah fuck nice ja genau deswegen da ist halt sehr stark gesehen würde ich aufhalten hatten wir heute auch noch ein ein schönes match also ein alle matches waren schön was red ich da egal ich würde auf jeden fall sagen das war es dann soweit von mir für heute so nächstes mal mit der k nächstes mal und hat euch gefallen hat mir mal liken falls ihr wollt abonnieren ansonsten mit viel spaß bei meinen anderen space tschau leute äh Das war's für mich. Du bist sehr stark für dein弟. Du bist wieder. Ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr, Kuma-Gaw. Bitte sehr, dass ich mich. Ich bin... ... der Verteilung. Ich bin der Verteilung. Das ist das, was ich. Ich bin der Fall von deinem Willen. Ich bin der Fall von einem Menschen zu retten. Ich bin der Fall von diesem Weg. Ich bin der Fall von diesem Weg. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF, 2020